Wer langfristig in Bitcoin investiert, dem stellt sich diese Frage jetzt gar nicht. Es gibt aber sicher einige von euch, die sagen, in Ordnung, Korrektur läuft gerade und ich möchte jetzt eine neue Position aufbauen. Ich möchte hier gerne einen erfolgreichen Trade umsetzen. Wie der aussehen könnte, möchte ich in diesem Video für euch besprechen. Legen wir los! Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Wir alle, zumindest die meisten von uns, sind ja mal zur Schule gegangen. Deswegen kennen wir das Phänomen der oder des Klassenschlauen. Also Lars, was ist denn bitte die Kreiszahl Pi? Und dann habe ich aus der letzten Reihe irgendwie so dahin gelümmelt, wie in der Regel immer im Matheunterricht gesagt, ja, 3,141. Und dann kam immer der oder die eine aus dem Klassenzimmer. Och, wie ich das Gast habe, dieses übereiflige Ja. Den Namen sage ich jetzt natürlich nicht. Herr Lehrer, man sagt hier in der Regel aber fünf Stellen. 3,14159 sind es eigentlich. Und du denkst schon, ja, klasse. Also, keiner mag die Klugscheißer. Aber ich muss jetzt mal als Klugscheißer beginnen. Im kostenlosen Report habe ich relativ frühzeitig, wie ich denke, über eine potenzielle Kaufmarke in Solana gesprochen. Das war bei 29 US-Dollar. Daraufhin hat keiner reagiert. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Denn viele von euch werden die Marke selber gesehen haben. Und auch, mir muss ja dann auch keiner schreiben, wenn er das umsetzt oder von mir irgendwie Inspiration im Report bekommen hat. Ja, ich brauche keine Dankeschreiben. Ja, natürlich ein bisschen Anerkennung. Da freuen wir uns alle drüber. Aber absolut nicht notwendig. Nur, als Solana dann im dreistelligen Bereich war, sogar ziemlich deutlich. Die sind ja bis auf 200 Dollar knapp darüber gestiegen. Da kommen dann im dreistelligen Bereich einige Fragen. Ja, wie komme ich denn jetzt in Solana rein? Wo ich natürlich sage, und ich versuche mich da sehr höflich auszudrücken, was war denn an der Kaufmarke bei 29 US-Dollar so furchtbar? Warum denn nicht da kaufen mit einem akzeptablen Stopp? Und die Antwort ist, da wusste man ja noch nicht, dass Solana steigen würde. Und genau das ist keine gute Grundlage für Trading sowieso und im Kryptobereich mit all seiner Volatilität schon mal gar nicht. Wer aus FOMO-Gründen, also aus der Angst, irgendetwas zu verpassen, in einem Markt tätig wird, egal ob Gold oder ob Kryptos oder ob Hightech-Stock, Hightech ist auch so ein 80er-Jahre-Wort, also Semiconductors oder AI-Stocks, sucht euch was aus. Wer sagt, ja, jetzt sind sie gestiegen, jetzt wäre ich eigentlich gerne dabei gewesen. Wie komme ich denn hier rein und könnte man nicht nochmal tiefe Korrektur und dann? Das ist nicht das Richtige. Also macht euch euren Plan vorher. Der für mich, das kann ich nur immer wieder betonen, ist die weitaus wichtigere Position im Kryptobereich. Meine Hodel-Position, die ich also ohne irgendeinen Stopp einfach weiter halte. Ich versuche die nicht zu traden, allein schon deshalb, weil mir dann natürlich die Steuerfreiheit flöten geht. Das ist separiert von dem. Und weil wir es hier mit starken Schwankungen zu tun haben, kann es auch jederzeit passieren, dass ich schlicht und einfach den richtigen Einstieg oder Ausstieg verpasse. Nichtsdestotrotz ist Charttechnik im Kryptobereich wunderbar geeignet, um Einstiege zu timen. Ist es der Anlegeranteil der Retailer, also die Privatanleger, sind es die, die dafür sorgen? Was auch immer. Kryptos lassen sich mit Charttechnik relativ gut einordnen und dennoch bleibt es herausfordernd, weil schlicht und einfach die Volatilität so hoch ist und weil Krypto eben auch 24-7 handelt. Und wenn ich das Ganze über ein Bitcoin-ETF mache oder versuche das über ein Derivat zu machen, würde ich natürlich langfristig nicht empfehlen, sowieso nicht. Aber dann habe ich immer die Gefahr, dass ich an die Handelszeiten gebunden bin. Ich kann am Samstag und Sonntag nun mal kein ETF oder ETC kaufen. Also, macht euch den Plan vorher. Heute sprechen wir über Krypto-Trading und wir sprechen über ein Trading-Signal, separiert zu betrachten von der langfristigen Anlage. Ich weiß was, ich weiß was, aber, ja, ja, genau, man sollte die dann auch in seine Wallet verschieben und so weiter. Also, wir wissen alle ganz viel darüber. Am Ende des Tages müsst ihr euch damit wohlfühlen. Und wenn ihr sie irgendwo bei einer Online-Wallet habt, bisher ist da ja zumindest mal bei den deutschen Anbietern jetzt auch noch nichts passiert. Oder? Ja, das ist hier, darum soll es heute nicht gehen. Ich überlege jetzt gerade. Nee, zumindest nicht bei der Großen oder den Großen. So, wo ihr kauft und wie ihr kauft, ist eure Entscheidung. Zuerst mal dürfen wir festhalten, das, was wir hier sehen im Bitcoin, Korrektur, okay, ist es. Aber, gemessen an dem Weg, den Bitcoin hier zurückgelegt hat in den letzten Monaten, ist das eine sehr zarte Korrektur. Das könnte man als relative Stärke bezeichnen. Einige sagen ja auch, das ist dieser Left-Translated-Cycle. Also, wir haben jetzt schon die neuen Allzeithochs gesehen. Die hätten wir eigentlich erst im Herbst sehen sollen. Und von daher ist Bitcoin vielleicht gar nicht so stark. Kann sein. Aber Zyklen und Saisonalitäten ist letztlich auch nur eine statistische Gegebenheit. Die kann ich mit einfließen lassen. Aber letztlich ist das Trading-Setup eins, was sich am Preis orientiert. Eine Meldung wollte ich euch allerdings noch zeigen. Ihr werdet es, wenn ihr die Szene aufmerksam verfolgt, vielleicht schon mitbekommen haben. Grayscale plant für seine Mini-Bitcoin-ETF, die Fees, also die Gebühren, auf 0,15% zu senken. Damit wären sie niedriger als die anderen Spot-ETFs am Markt. Das könnte dazu führen, einfach nur, weil ich es jetzt zufällig gesehen habe, es könnte dazu führen, dass die Abflüsse im Grayscale-Trust vielleicht absehbar nachgeben. Aber ist auch schon bekannt und damit im Markt enthalten. Ganz bewusst nehme ich für euch am Sonntag dieses Video schon aus. Ihr seht es also mehr als 48 Stunden später. Das könnt ihr ja sagen, ja, was ist denn mit der Aktualität? Die Aktualität führt dazu, dass ich dann eventuell meinen Trade umsetze. Und es kann natürlich sein, dass bis Sonntag dann diese Trade-Idee bereits aktiviert wurde. Dann ist das eben so. Da muss man sehen, was man daraus macht. Warum ich es aber jetzt trotzdem am Sonntag schon mache, ist, um aufzuzeigen, Trading ist nie eine Reaktion auf das, was jetzt gerade passiert. Manchmal kann es dazu führen, dass ich eine Position nicht mehr eröffnen kann. Also meine Trading-Idee ist hinfort. Wenn Bitcoin jetzt bei 75.000 US-Dollar heute am Dienstag handelt, dann entschuldige ich mich dafür. Dann war es einfach zu spät. Aber es kommt mir hier auch so ein bisschen auf den Learning-Charakter an, dass man ja den Plan macht. Und dann bewegt sich der Markt in eine Richtung. Und dann schaut man, okay, passt mein Plan dazu? Und dann setzt man das Ganze einfach nur noch um. Und nicht andersrum. Heute hat sich der Markt um 15% bewegt. Im Day-Trading ist was anderes. Also muss ich ja, irgendwas muss ich ja machen. Okay? Also entschuldigt bitte, wenn Bitcoin jetzt 20.000 US-Dollar höher steht, dann wird es schwierig. Wie sieht es aus? Wir haben hier ein klares Unten bei rund 60.000 US-Dollar. Haben wir ein paar Mal auch getestet. Und wir haben ein etwas unklares Oben. Ich habe hier nochmal ein Retracement in diese Seitwärtsphase hinein reingezeichnet. So eine Seitwärtskonsolidierung ist durchaus normal. Und wenn man so will, haben wir jetzt, ne, sie ist nicht einheitlich. Alles, was innerhalb der Seitwärtszone passiert, ist nicht AAA, was die Signalqualität angeht. Kann ich machen, was ich will. Das heißt, sowohl Buy-Stops, also Kaufmarken, die von unten nach oben überschritten werden, als auch Stop-Losses, also diejenigen, die mich aus der Position dann vermeintlich mit einem Verlust rausbringen, zur Verlustbegrenzung, sind innerhalb dieser Seitwärtszone weniger attraktiv und weniger aussagekräftig. Davon bin ich überzeugt. Sollte man, könnte also ganz simpel einen Trade machen, naja, Ausbruch auf ein neues Allzeithoch über 73.835,57 US-Dollar und ein Stop unter 60.000 US-Dollar. Genau genommen, ja, wir sind 59.573,32 US-Dollar, wenn ich es richtig eingezeichnet habe. So, das kann man machen, nur das Problem ist, dann hast du natürlich ein Chance-Risiko-Verhältnis bei 1, gleiche Strecke Ziel, gleiche Strecke zum Stop, würde das dann schon bedeuten, Bitcoin müsste um 14.000 US-Dollar steigen. Also dementsprechend auf ungefähr 88.000 US-Dollar. Da hätte ich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1. So, sorry, falls hier jetzt ein Cut zu sehen ist. Die Batterie war alle. Das wäre dem Schlauscheißer aus der Schule garantiert auch nicht passiert. Natürlich nicht, ja, man muss ja vorher auch mal den Batteriestand prüfen, damit man so ein Video aufnimmt. Ein bisschen professionellen Anspruch sollte man natürlich schon haben, nicht wahr? Kommt du mir. Schöne Grüße ans nächste Klassentreffen. Also, so, konkret, was machen wir? Also, meines Erachtens wäre es interessant, give it a shot, bei einem Anstieg über 67.000 US-Dollar und zwar auf Basis des Tagesschlusskurses. Vielleicht reicht ein 4-Stunden-Schlusskurs, kann ja da manchmal ziemlich schnell gehen. Stop würde ich unter dem letzten Tief nehmen. Ja, vorab an der Stelle noch, noch ist der Buy-Stop ja nicht getriggert, logischerweise. Es besteht noch immer die Möglichkeit, dass wir einen Ausflug sehen in Richtung 55.000 bis 57.000 US-Dollar. Also, hier runter. Soll ich heute Pfeile malen oder nicht? Das ist ja schon ziemlich weit. Also, das ist natürlich theoretisch immer noch möglich, dass wir so sehen und dann geht es weiter. Das wäre natürlich ein Träumchen, weil dann das Chancen-Risiko-Verhältnis viel besser ist und die Strecke zur Oberseite. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, das passiert nicht. Wenn, dann werde ich es auch definitiv ja im Report besprechen. Wie gesagt, das Solana-Signal bei 29 Dollar und auch andere Kryptosignale bekommt ihr kostenlos im Report jeden Mittwochmorgen. Einfach dafür eintragen. Wenn es also nicht mehr so kommt, dann läge meine Marke 67.000 US-Dollar. Ziel um die 75.000 US-Dollar. Konsolidierung, Jahresziel, habe ich ja schon mal gesagt. Erstmal 95.000 bis 105.000 US-Dollar. Können auch 400.000 werden. Ja, super. Dann freuen wir uns, wenn es soweit ist. Erstmal ist das mein Jahresziel. Und den Stopp würde ich dann aber hier unter das letzte Tief packen. Das heißt also, ich habe dementsprechend bummelig einen Stopp von 7.000 bis 8.000 US-Dollar. Wenn ich die erste Zielzone erreiche, dann habe ich knapp das Doppelte meines Risikos verdient. More to come auf der Oberseite, wenn es dann weitergeht. Also das wäre meine Herangehensweise. Wenn Bitcoin jetzt direkt durchzieht. Wie gesagt, unter 60.000 US-Dollar wäre noch viel schöner. Aber es beginnt jetzt eben auch, und wir haben mit Statistik begonnen, wir enden mit Statistik. Es beginnt jetzt ja eigentlich eine ziemlich positive Marktphase für Bitcoin. Gerne gewünscht, schreibt hier unten alternative Verlaufsszenarien rein, wenn es geht. Wenn nicht und ihr sagt, ja, dann überliest mein Kommentar und ich bin einfach nur schlecht drauf. Ich muss einfach mal was reinballern oder ich freue mich. Auch in Ordnung. Diese Kommentarfunktion ist ja absolut frei für alles, außer Beleidigung. Aber wenn es geht, dann macht euch gerne die Mühe, wenn ihr einen Plan im Kopf habt, dann das auch wie ein Trader zu beschreiben. Also das ist mein Einstieg, das ist mein Stop, das ist mein Ziel. Das bringt uns in der Community deutlich mehr. Das war es für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns hier voraussichtlich am Donnerstag wieder. Liebe Grüße, bis dann. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns hier.